Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online heute zusammen mit Maudado, Zombay und der Palette. Bewerte den Part und viel Spaß! Ja, ist alles okay? Ist alles okay! Ich fahr schon Bus seit 25 Jahren. Nur? Wollt ihr nicht in den richtigen? Ich bin leider nur 24 Jahre alt. Genau. So siehst du auch aus. Achso, ich bin hier im Roleplay. Ich hab den Bus getunet und der ist schneller. Ey geil! Einfach weiter geradeaus. Au, auch früher haben wir die Kurven aufbekommen. Damals war alles besser. Da links, links über die Steine. Links über die Steine, wie der Kunde wünscht. Oh, Alter. Ja, ich... Au, ich bin runter... Ne, hä, was? Jetzt bin ich unten. Du bist erst einmal nur runtergefallen. War schön. Das hat sich der Kunde gewünscht. Einfach ein Traum. Hallo, ich würd gerne... Hallo? Hallo, nein! Bus! Schlauer. Die Steine erinnern sich. Hallo? Alter, wie stark ist diese Limousine? Der Kunde ist draußen. Ich komm rein. Ich bin drin. Ich bin der DJ. Kann man ihn tunen, damit die Reifen nicht mehr kaputt gehen können? Ich bin... Nein, ich hab... Oh, jetzt krieg ich Sterne, weil ich mich gegen die Polizei rammt. Nein, zau' mir! Zau' mir! Hey, nimm mich mit! Ich kann nicht anhalten! Die Limousine ist zu stark! Voll ausgeräuchert. Hilfe! 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 Der Kunde! Der Kunde hat einen Unfall. Okay, fahr, die Bullen töten mich. Okay, okay, okay. Ich fahr weg. Ich fahr über die Landstraße. Ja. Ein typischer Heiß... Eine typische Heiß-Situation. Oh! Alter! Der Feind wurde ausgelöscht. Aber nicht von dir! Sondern von der Tankstelle. Ist doch egal. Von der Tankstelle, was? Ja. Ich töte die Bullen! Nein, töte die nicht! Die haben Familie! Ja und? Die vermisst dann ihre... ihre Familie mit dir. Können sie eine neue suchen. Kann man das? Ja, klar. Kannst du da eine App empfehlen? Okay, okay, pass auf! Oh, guck mal! Da ist Edka! Edka? Hallo! Die haben die bestimmt immer noch weg. Nee, die rammen uns nicht weg. Wir rammen die weg. Was macht ihr da? Au! Das Geräusch! Weg mit euch! Oh Gott! Lauf, 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 lauf! Oh Gott! Alles gut. Jetzt hinter uns gelandet. Der Brudermann hat alles unter Kontrolle. Ja? Sicher? Oh nein. Was machen sie da? Was wollen sie von uns? Nein! Alter! Wie er mir weggebrochen hat. Ja vor allem, ich bin gerade nach vorne gelaufen. Ich wäre eh runtergefallen. Ich bin fast die Polizei verloren. Oh. Ey, was war das denn? Wollen sie mich gerade... Ey! Aua! Frieden! Okay. Äh, Moment. Aber wir können draufhüpfen, wenn du da in der Schlucht bist, Maudado. Oh nice! Ja und dann lebt ihr da oben. Warte? Das ist von der Boxenzeitung, Manu. Aua. Ne, es ging auch von ihr schon. Ne, ne, von da oben. Sehr merkwürdig. Ja, los geht's. Diesmal schaffen wir's. Ich glaub an dich. Äh, ich weiß halt nicht wieviel Schwung ich haben darf. Oh oh, die wollen. Ich hab sie. Ja! Let's go! Was? Jetzt geschafft? Saturday night. Everybody's dancing. Ich bin der neue Spider-Man. Wie alt, es gibt zwei Spudemann. 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 Oh nein. Spudemann. Warte, 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 ich will's auch probieren. Na ja, ich stell mich hier an die Kante, okay? Okay. Aber wie soll das gehen? Muss man halt mit Full Speed drauf? Ich wette... 100.000 Ingame-Dollars, dass das nicht funktioniert. Hab geschafft. Bis drauf. Hallo Palette. Hallo Palette. Hallo! Ey! Maudado. Hallo, ich bin hier vor dir. Guck mal, das ist krass, wie das blinkt. Stimmt. Alter, voll die Party. Das blinkt nur, wenn man fährt. Richtig krass. Komm. Alle drauf. Eine fette Party. Einsteigen schnell. Die Polizei schießt auf uns den Wagen. Jetzt ne mehr. Guck mal, wie das blinkt. Krass, ne? Fühl mich richtig cool. Das bist du auch. Au. Ups. Hallo? Das wollten... Ja, ich hab geschossen. Und... Und dann hab ich... Danach... Hat er halt nicht geschlagen. Mann, was soll das? Ich rette euch. Es war ein Versieden. Das ist der Nachlade. Das passiert mir auch immer. Ey Zombie, dadurch, dass du grad das Teil abgeballert hast, hat meine Rakete die Kontrolle verloren. Die hat euch fast getroffen. Hallo. So, Waffe weg. Was sollen das hier? Ich hab die Bulli Pfiffen abgeschossen und dann hast du eine kassiert. Du hast nen Polizist getötet? Nein. Es war ein Schmulli Pisten. Kann man da hoch? Oh! Hey! Das geht! Und jetzt kannst du von da aus auf den Baum klettern! Nein, 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 nein! Ey, mir geht's gut. Bin's da unten nochmal, mir geht's gut. Ich komm nicht hoch. Oh, warte. Falsches hoch. Oh nein, warte. Jetzt aber. Warte. Vorne geht es aber auch. Da kannst du dann nochmal hoch. Ups, bin wieder runtergefallen. Okay, okay. Hä, ich bin runtergefallen. Oh nein. Okay, mach ich. Was will schon passieren? Ich wollte eigentlich nur auf die Box. Okay, jetzt kannst du losfahren. Also wir haben ne richtig gute Beschleunigung. Das ist... Zombie hat dich ausgelöscht. Ich hab nach vorne geschossen. Aber durchs Fahren hab ich den Bus getroffen. So, das war's mit der Party. Guck mal, der Morgendämmert auch. Oder geht's unter? Wo ist mein Bus? Hier, wenn ihr... Wir fahren und wir holen ihn wieder. Fette Party. Es tut uns schrecklich leid, aber wie es scheint, wurde ihr Fahrzeug zerstört. Und? Hey! Okay. Äh, hallo? Hallo? Was? Ey, soll mir die Stelle schick ich dir? Was ist denn los mit der Physik in dem Spiel? Ah, wau da, du bekriegst die Stelle nicht. Oh, Mann. Kannst du mir die weiterleiten? Kannst du die leiten? Hallo, du hast da grad nen Mann irgendwie komisch berührt. Willst du einsteigen? Warum haust du mich? Ist das ein Zweisitzer? Ja, komm rein. Ihr darf jetzt mal... Hallo, ich will doch mitkommen. Ist kein Zweisitzer. Nee, ist kein Zweisitzer. Doch. Steig ein. Okay, ist ein Zweisitzer. Hallo, ich will doch mitkommen. Hallo, ich will doch mitkommen. Äh, zum eh. Vergiss es. Hä? Hä? Warte, steig ein. Irgendwie ist den Bug, ne? Ja. Hä? Hä? Lol, jetzt hat er sich nicht mit drauf gesetzt. Oh. Warte, 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 warte. Nimm das mal. Und dann haben wir Spaß, ja? Warte. Und dann geh. Geh hin. Warte. Setz dich rein. Achso. Du kennst das Spiel, ne? Warte. Du hast das... Du hast das erfunden. Ja. Jetzt! Was? Hä? Ich hab das erst reparieren lassen. Achso. Schade. Aua. Was war das da, Maudado? Ich hab dich geschlagen. Weil du mich schlagen wolltest. Nein! Nein! Komm, ey! Hä? Du lebst? Ja. Ich hab da ne Explosion, glaub ich, in der Luft abgeschossen. Der tollste Map aller Zeiten. Oah, die Insel. Wei! Ich hab ein Auto, das sieht ultra teuer aus. Warum hab ich mir sowas gekauft? Soll er sich verkaufen? Ja. Auf. LOL, er fliegt! Oh, ich wurde die Hunde gerammt. Nein, stopp, Manu! Bitte! Bitte hör doch auf! Nein! Nein! Warum denn? Als ob das immer passiert! Warum? Ich nehm doch auf! Hey, wo ist Palette denn? Was ist mit Palette passiert? Juhu! Da hatte einer Spaß beim Sternen! Alter, was ein Geräusch! 1200 Dollar für die Scheiße, lol! Ich hab sogar noch 1000 bekommen! Ja, aber wie kann er denn noch teilen? Ne, Zombie? Ja, klar! Kein gutes Gefühl bei der Runde! Welche Farbe ist es, Manu? Schwarz! Hallo! Grün, grün, grün! Ja, genau! Ey, warum gehst du auf mich?! Palette, rette mich! Ja! Ach! Nein, das ist kein Retten, Palette! Oh Gott, es leckt! Nein! Ich hasse euch! Mann! Der Wagen ist doch viel besser, um die Leute runterzuflugen! Oho! Ich bin am meisten oben! Ja! Aber es haben alle verloren, glaube ich! Baldardo hat einfach gewonnen, glaube ich, weil er letztens explodiert ist! Ja, weil ich so weit nach oben geflogen bin! So, jetzt habe ich ein echt gutes Gefühl! Ein richtig gutes! Okay! Oh, ich habe ein richtig gutes Gefühl, dass ich tot bin! Oh, ich leb noch! Palette! Palette! Wir können auch über alles reden! Über alles! Hilfe! Da hinten in der Schluff! Bitte! Ich bin auf dem Brücken! Hä? Wo denn? Da unten! Ach, da! Warte! Ach, da! Ja! Okay! Rausgeworfen? Was? Ja, weil er wahrscheinlich hängen geblieben ist irgendwo! Ja! Nein! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich lebe! Ja! Ich habe nichts gemacht! Oh Gott! Warte! Nicht reinschubsen! Ja bitte! Oh nein! Oh Gott! Warte! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hilfe! Ich... Ja okay! Ich werde gleich explodieren! Beilt euch bitte! Beilt euch! Also nicht mit mir, sondern mit euch! Ach so! Tötet euch schnell! Ja, machen wir! Ja, wir beeilen uns richtig! Nein! Oh oh! Oh Gott! Ich bin... Ach, Maudado! Ja, ich weiß, das Leben ist hart und dumm! Wow! Oh! Ja, zum Erleben noch! Ah! Ja! Ey, was ist denn los? Er rasiert uns wieder komplett! Einfach so durchtrainiert! Ach! So... Eingeölt! Oh, das stimmt! Weiter geht's! Jetzt werdet ihr sterben! Ja! Du meinst so wie die ganze Zeit? Warte! Hä? Was macht der? Oh Schei! Nein, Maudado, nein! Oh Gott! Was ist denn mit dir passiert, Zombie? Ich hab keine Ahnung, aber ich lebe noch! Oh Gott, hör auf unter mir durchzufahren! Warum bist du so klein? Bin ich klein? Ich bin aber nur... Oh Gott! Zombie! 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 Nein! Oh Gott, das Willen ist man hier rutschig unterwegs! Warte, was ist mit Palette passiert? Ich hab den angestupst! Hallo! Jetzt reicht's doch! Oh Gott! Ja, danke! Es hat echt gereicht! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist denn da? Nein! Oh Gott! Da hat das so schnell gegen mich gefallen, dass es beide rauskommt! Ja, ich hab nur zwei fliegende Autos gesehen! So, ich camp mich jetzt schön in die Ecke! Da unten bei der Falle des Todes! Bei der Falle? Ich klemm mich da einfach rein! Da muss ich ja nur opfern, um mich zu besiegen! Ey! Nein! Ich will da doch nicht hin! Ich will da doch nicht hin! Oh Gott! Leute! Jetzt bin ich da wieder! Ich hasse euch! Nein! Tschüss! Alter, war das ein cooler Sieg! Also, wer darf nicht gewinnen? Ich und Manu dürfen nicht gewinnen! Hä, warum? Ich hab einen Punkt! Paluna zwei! Pssst! Oh! Alter! Ich hasse Manu! Alter! Nein! Ob ich davon rausgefliegen wäre? Krass! Gib mir beide, Manu! Ja, komm! Hallo! Ihr dürft nicht gewinnen! Ja, was ist das, wenn die Gewinner zusammenarbeiten? Ich schenke dir den Sieg, wenn du Manu tödest! Oh Gott! Jetzt team die sogar schon, obwohl ich einen Punkt weniger hab! Alter! Ja! Ja, ich bin... Ja! 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 Es steht 2-2-1, hm, gehen wir lieber auf David einen Punkt. Ich weiß Bescheid. Modato war übrigens auch dabei. Ich war auch dabei. 3-2-1-0. Okay, dann schaut in die Videobeschreibung, da sind alle verlinkt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann!